Unterwegs in den Walzer Alpen, hoch über dem Lac de Mausson an der Grenze zu Frankreich. Ein wunderschöner Morgen bricht an. Es ist ein Traum. Links Péloisat und rechts die Dame de Perron. Es sind diese Momente, die eine der grossen Faszinationen Alpinismus sind. Wunderschön das Licht. Besten Dank und allen guten Touren.